Alter! Äh, Flo? Ja? Mini-Zombie! Oh, wie süß! Ist runtergefallen. Mein... Hey, geh auf die Leiter runter zu fallen! Mein Zombie! Dein Ernst? Droppen-Zombies echt Eisen? Ich hab das Gefühl nämlich nicht. Ganz Welten. Ich glaub... Fallen meine Items da grad runter? Also... Siehst du meine Items hier auch manchmal verpackt? Warte mal. Nö. Ich flieg mal eben hoch und tu meine Items. Oh, Mann. Ah, da! Mann! Äh... Oh Gott! Äh, da oben ist viel zu viel! Ich bin hier, hallo. Guck mal, den Zombie an! Kommt ganz gemütlich die Leiter runter! Hallo Skelett! Ich hab immer noch nicht meine ganzen Items wieder. Vombies können Eisen machen, Eisenschaufel, Eisenschwert, Karotten, Kataroffel. Dein Ernst? Einfaches Ja hat mir gereicht, Flo. Komplette Lederrüstung, Komplette Goldrüstung, Komplette Kettenrüstung, Komplette Eienrüstung und auch Komplette Diamantenrüstung droppen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eisen droppen? Wer will? Wow. 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 Kannst du mal kurz... Ich will da oben bitte weiterbauen. Der macht Tag. Nein, das würde ich ja cheaten. Auf jeden Fall. Ich warte lieber und fahr meine Items zusammen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich ein Eisen bekommen hab, ne? Hast du noch zwei Strings? Ich hab sogar acht. Wieso? Bett bauen, dann können wir schlafen. Eine Wolle fehlt. Warte, ich hab noch zwei Strings. Aua! Mann, Zombie, hör auf! Hör auf, mit der Leiter runterzukommen! Hehehe. Hehehe. Alter, guck mal, dann haben wir schon mal betten. Ich hab hier zwei Strings. Er hat aufgehört zu regnen. Ich geh hoch. Es wird doch gerade auch etwas Tag. Aber da werden auch Monster sein. Ja, aber die schnetze dich alle, Alter. Hey, Spinne. Zombie. Skelett. Creeper. Zombie, Zombie. Zwei Creeper. Doch, ein Skelett. Oh Gott, ein Creeper. Okay. Ich glaube, meine ganzen Items sind verloren. Die sind weg. Hast du das Gefühl? Warte mal. Ja, die sind weg. Toll. Weißt du was? Nee, warte mal. Warte mal. Das ziehe ich jetzt nicht ein. Ich hoffe, das gibt es noch. Ich hoffe, das gibt es noch. Das gibt es nicht. Ich wollte jetzt nicht nochmal mit dem Eimer hier hochgehen. So. Ein paar Items. Nein, Spinne. Nein, Spinne ist in den Tod gestürzt. Die arme Spinne, sie hat noch so ein erfülltes Leben. Hallo. 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 Ich hab noch Stein. Tschüss. Warum? Langeweile? Das heißt nichts Gutes, Flo hat die ganze Zeit Langeweile in meiner Aufnahme. Das heißt nichts Gutes, Flo hat die ganze Zeit. Ja, du hast ja, ich bin nochmal gerade unten bei der Farm. Warum? Weizen. Und Melonen. Oh, warte, da fällt mir ein, ich hab so viele Knochen. Hast du ein paar Knochen? Nö. Oh, schön, schön. Zuck, 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 zick, zick, zick. Und, nö, 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 nö. Ich fahr'n Brot. Max, Vicky, möchtest du mal was ausprobieren? Warte. Was brauchst du denn? Oh nee, ich hab gedacht, das funktioniert auch schon in dieser Minecraft-Version. Was denn? Brechtig auf die Teile zu machen, ob man die gleich sofort nicht abbaut und gleich sofort neue pflanzt. Achso. Nie. Zack, 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 zack. Wir haben gleich wieder ein bisschen Weizen, das ist schön. Das heißt, ich kann gleich wieder schön viele neue Brote machen. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich meine Maus bei League of Legends ein bisschen zu sehr vergewaltigt. Und deswegen spackt sie heute so rum, aber... Weiß nicht. Vielleicht wieder beim Rengar-Spielen, viel zu sehr rumgeklatscht. Müde. Ja. Dann musst du durch. Die Monster-Fahrer machen wir fertig. Was? Meine Frage, hast du gestern noch ein... Du hast ja gestern dich hat auch ein Summer Games Done Quick. Ja, aber nicht lange. Ich bin so fast sofort penggegangen. Nein, hast du Test-Bot verpasst. Tut mir leid. Ich war müde. Aus irgendeinem bestimmten Grund, du. Test-Bot ist so richtig... Geiler Bot. Könnte ich nicht so viel machen. Ist halt so. Habe ich nicht gesehen. Also der hat Super Mario 1, 2, 3 und 4 gleichzeitig fertig gespielt. In 8 Minuten. Also Test-Bot ist ein Bot. Ja. Oder beispielsweise... Du kennst ja auch dieses Drainage für Nintendo DS. Nee. Okay. Auf jeden Fall ist ein... Da macht er dann einfach ganz einfach locker flog. Macht er dann zum Beispiel mal einen Super Mario oder so hin. Er sucht sich bestimmte Begriffe, ähm, bestimmte Sachen vom, ähm, Chat oder so, vom Fit-Chat und schreibt sie dann hin und das wird als Lösung erkannt. Okay. Cool. Es regnet. Skelett, ist das dein Ernst? Kommst du echt die Leiter runter, anstatt runter zu fallen? Ja. Nee, ich lasse dich jetzt eh in den Licht brennen, auch wenn du mich abschießt, ist mir egal. Okay, ich töte dich so. Nun tötest du mich noch. Skelett haben einen Aim-Bot, Alter. Einen Aim-Bot. Definitiv. Lol, es ist dunkel geworden. Mann, fall runter, Spinne. Das sei wohl, Maxi. Das hatte ich immer zugebaut. Habe ich mitbekommen. Ich habe eigentlich voll nicht viel Stein, aber ich dachte, wieso komm, mit siebten Stein. Kann ich dir sicherlich helfen. GG, Maxi. Halt die Schnauze. Wie geht das so, sagt meine Maus mich heute. GG, Flo. Ich habe den Stein hingesetzt. Geil, ne? Ich habe zwar keine Schaufel dabei, aber ich baue dir den Schnee trotzdem ab. Scheiße, Schaufeln. Schaufeln braucht kein Mensch. Ich bin Schaufel, das geht schneller. Kauf dir eine. Nee. Ach, ja. Ich mache das mit dem Pfeil. Ich frage mich, warum eigentlich, wenn man den Schnee in der Schaufel abbaut, Schneebälle rausbekommt. Aber sonst nicht, ne? Nee. Ja, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Zehn. Was mich halt an den Schnee erinnert, das eine, wo, ähm, wie noch alle auf der KGS waren, ey. Ja. Ich weiß nicht, welche Situation ich meine. Doch, wenn wir uns mit dem Schneeball abgeworfen haben, wahrscheinlich. Nein, wir waren drin. Kann sein. Und du hast so gemerkt, dass deine Hände arschkalt sind. Kann sein. Dann hat du dir gesagt, du wolltest deine Hände so offen hinmachen. Und dann hat er vorher so ganze Zeit getrieben und richtig hart draufgeschlagen. Kann sein. Ich darf in Gedächtnis das tun. Digga, das war unwichtig. Soll ich mir sowas merken? Das ist wahrscheinlich auch schon Ewigkeit näher, Alter. Wenn Tobi sogar noch auf der Schule war. Locker zwei Jahre. Ja, und? Als ob ich mir sowas merke. Das war vor zwei Jahren. Und es war unnötig. Dann merke ich mir das doch nicht, Alter. Bestimmte Momente bleiben eigentlich immer im Kopf. Aber nicht sowas. Wie gesagt, erstens war es vor zwei Jahren und zweitens war es so eine kleine unnötige Sache. Auf in mir zu sein, Alter. Danke. Ja, auf unter mir zu sein. Dauernd Creeper. Spinne. Fall runter. Fall runter. Ich... Oh, hier sind zu viele. Geht nur. Danke, Skelett. Das du einen Golf machst. Mini-Zobby. Ich habe immer noch kein Eisen. Ich will ein Eisen. Pick dich, Skelett. Ich stelle mich nachher so lange hier hin. Ich lasse den Server einfach an. Ich stelle mich auf God Mode. Und dann chill ich da. Und warte. Ich will auch noch was machen. Nein, ich will auch noch was machen. Ja. Ja. Atenbot. 360. Okay, fast. Ich dein Ernst? Nice. Ich hoffe, du fällst gleich runter, Flo. Das ist mit dem Schwert. Das geht schneller. Ich bin mit dem Schwert dabei. Oh. Ich habe gerade mit dem... Ich frage mich, warum man mit einem Millionen Holz abbauen kann. Minecraft Logic, Flo. Frage. Hallo. Ja, genau das wusste ich, dass es passieren wird. Weil du das alles abgebaut hast. Oh Mann. Was hat das denn alles? Das ist deins. Das ist deins. Das ist deins. Das ist deins. Wahrscheinlich. Das ist auch wahrscheinlich alles deins. Deine Leitern. Den Rest packe ich die Monster-Dings. Oh, hey, Enderman. Hey, Flo. Du hast hier noch eine Leiter. Gott. Hey, da war eine Hexe. Ich habe auch noch kein Eisen. Ich habe gerade meine Enderman umgebracht. Enderperle? Nö. Oh. So, wir haben die Monster-Farm fertig gebaut. Ja. Und gute Nacht. Jo. Warte. Fest... Fest... Nein! 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 Manche kann ja auch so drauf drücken, dass du den Sporn. Ich werde auch schlafen. Yeah. So, ich lege mal alles ab. Ich auch. Dann bringe ich mich gleich kurz um. Warte, ich will meine eigene Kiste haben. Ich will meine eigene Kiste. Du wirst mich nie finden, wo ich bin. Sicherlich. Hä? Oh, warte. Doch nicht. Wahrscheinlich hinter dir im Monsterfall, oder? Ich suche dich jetzt. Warte, in der Monsterfalle? Oh, lol. Warte mal, ich komme hier nicht mehr rein. Auf Scheiße. Ey, hier ist ein Enderman. Ja, jetzt ist er immer mal auf dem Bauch. Komm her! Junge. Nein! Enderman! Okay, warte. Ich wollte meine Kiste machen, ne? Ich habe meine Tochter auch schnell in diese Steinkiste geparkt. Ich wollte meine eigene Kiste machen. Geh weg. Das ist meine Kiste. Maxi, was mir gerade auffällt. Was? Eigentlich ist, was mit dem NCD-Scheiß, während da alles runterfällt, nicht so gut. Hä, was? Wo? Warum nicht? Also wenn wir gerade die aufnehmen, dann nicht da sind, sondern zum Beispiel da haben wir zwei Eisen liegen und dann das alles gelöscht wird. Ja, deswegen will ich da ja, ähm, noch später, hi Enderman! Er ist tot. Enderman überleben, dass du bringst, nicht? Äh, überleben, dass du bringst. Ähm, nein, deswegen will ich da später ja noch Trichter hinmachen, Flo. Ja. Ach, manche Endermen haben mehr Herzen als Unvermütung oder so. Ja, hab ich's mitbekommen. Verdammt. So, Flo, bereit zum Runterspringen? Und dann auch mal, warum fliegst du? Ich hab gerade wieder geflogen. Ey, da unten ist ein Enderman. Ich hab schon gesehen. Äh, weil jetzt die Aufnahme vorbei ist, jetzt kann ich fliegen. So viel ich will. So gesehen. Und ich wollte hier halt hoch. So, bereit? Guck mal, nach unten. Ich will, ich will aufrechter den F5 rum. Bei mir ist das ja auf C. Stimmt. Hm, ganz gechillt. Okay, komm, Flo. Wunderfallen. Spring. Gleich. Jetzt, komm. Ich warte ganz Zeit drauf, dass du eine Abbaute dazu machst. Achso, ja, ich sag, ich frag die ganze Zeit, bist du bereit? Wenn ich schon gar nicht am Rand laufe und hier oben drauf stehe, was denkst du denn wohl? Wenn du nichts sagst? Ich mein, du kannst mich auch trollen. Das machst du ja eh immer. Okay, Leute. So. Oh Gott. Ich würd sagen, wir sehen uns bei das erste Mal wieder. Ich hoffe, es hat nicht gefallen. Äh, wir haben die Monsterfalle jetzt endlich fertig. Wie gesagt, ich stell mich da gleich hin. Unter die Monsterfalle. Und fahr ein bisschen. Lass den Server offen und so und dann, jo. Ich würd sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Haut rein. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich bin schwarz. Nice.